Hallo, mein Name ist Martin. Ich bin Transportunteroffizier im Logistikbataillon 461 am Standort Waldirn. Meine Aufgaben sind es, andere Kameraden in Fahrzeugen einzuweisen, spezifische Ausbildungen zu machen im Bereich Ladungssicherung und in dem allgemeinen militärischen Wesen. Das Spannendste an meinem Job ist, dass nicht jeder Tag gleich ist wie der vorherige Tag und immer Abwechslung da ist und man immer mit guten Kameraden zusammenarbeitet. Das ist ein Teil unseres Fuhrparks. Das Fahrzeug zeige ich euch jetzt mal etwas genauer. Das ist niegelnagelneu. Das ist der MAN TGS mit 430 PS, abgeholt letzte Woche Mittwoch mit gerade mal knapp 600 Kilometer, mit einem Leergewicht von 13,7 Tonnen, mit einer zulässigen Gesamtmasse von 32 Tonnen. Und der Unterschied zum zivilen Fahrzeug ist der G36-Gewehrhalter, sodass wir auch die Waffen mit sichern können während der Fahrt. Jetzt nehme ich euch mal auf eine kleine Runde mit. Hauptsächlich transportieren wir hier in unserem Bataillon Containertransporte, Kraftstoffe und Munition. Das Beste an meinem Job als Soldat finde ich, dass man immer wieder irgendwo anders hinkommt. Verschiedene Übungen, auch im Ausland, sodass man auch mit anderen Kameraden von anderen Nationen zu tun hat. So, wir sind angekommen. Ich hoffe, euch hat die kleine Tour gefallen. Und ich hoffe, dass ich euch bald als Kameraden und dann als zukünftige Transport- und Offiziere begrüßen darf. Geht gerne auf die Karriere-Seite, fragt euren Karriereberater und dann sehen wir uns demnächst. Macht's gut! Geht gerne auf die Karriere-Seite!